So, mal schauen. Mal schauen, ich darf kein Game verlieren. Boah, ich dachte gerade, ich schwöre ich kann den Ball wieder nicht spielen. Was labert der? Habt ihr mal drauf gehört, was dieser scheiß Kommentator die ganze Zeit labert? Was labert der Kommentator? Irgendwas mit im Live-Stadion, dann ist doch die Stimmung viel besser. Dann tschüss. Budget? Jetzt haben wir diese kleinen Kämpfe vom Parkplatzabloh drin. Echt? Okay, Call 2 ist geschafft. So fast. Okay, okay. Oh man, ey, Ronaldo und MAP, wieso, Alter? Warum? Puh, das war ein bisschen close. Hätte er rüberspielen sollen, dann wäre er glaub ich drin gewesen. Oh mein Gott, hat er Ronaldo gespielt? Der wäre auch drin gewesen. Ja. Gegen so Sachen kannst du nichts machen. Ist so krank, Alter. Das ist auch das Beste. Allen ist zu langsam und MAP kommt von hinten und kann einfach... Oh Junge, Junge. Bruder, was soll ich gegen sowas machen? Sag mir bitte, was soll ich gegen sowas machen? Was soll ich gegen solche Tore machen? Was soll ich dagegen machen? Allen läuft vor MAP zum Ball, MAP statt er kriegt den Ball. Sanchez ist langsamer als Ronaldo, er kriegt einfach einen langen Ball. Alle, tschau. Kann der Ding nicht? Oh mein Gott, habe ich dich auseinander genommen, Junge. Geh schlafen, Alter. Setz dich hin. Setz dich hin, Alter, Junge. Rashford, ich liebe dich dafür, dass du so gut bist. Ey, die haben immer einen Abwehrspieler, der komplett Abräumer ist. In jedem Team. Oh Junge. Wenn der jetzt reingegangen, wäre er auch schon wieder Feierabend. Ja, das ist das Deckel drauf. Nein, ich habe verloren den Draft im Finale. Mein bestes Wicked League OGs overall ist, ich sage, das sind immer gefährlich, die solche Teams spielen, Gold 1 mit einem Sieg zur Elite 3. Wenn ich mir einen wünschen würde, Mbappé, ganz klar. Oder Ronaldo. Aber Mbappé finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich strong. Also wenn du Lf, Neymar hast, Sturm Mbappé, oder sogar Rf, Mbappé und Sturm, Ronaldo, dann ciao, Alter. Oder du spielst Doppelspitze mit Ronaldo und Mbappé. Das ist, glaube ich, auch ganz sexy. Oh Junge, wie schnell ist der denn? Stark. Okay, das ist ja noch krasser. Stark. Stark, stark, stark. Was geht jetzt ab? Stark. 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 Habe ich gewonnen? Hast du als Win gezählt? Ja, lol. Ich habe schon mal keine Mutter rein, hat gesagt, ich muss irgendwas für die Schule machen oder so. Mutti hat den WLAN-Stecker gezogen, Alter. Oh Jungs, okay, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Okay, shit, Alter. Okay. Okay, okay. Chat, unser letztes Game, wenn wir das gewinnen. Gold 1. Vielleicht der Ball von mir. Junge, 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 Junge. Es ist doch schon wieder zum Heulen, wie ich das 1-0 bekomme. Der Typ ist wirklich nicht gut. Der Typ ist wirklich nicht gut, aber warum spielt man das Spiel schon wieder so einen Pass? Oh Gott, Alter. Junge. Wichtig. 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 Wichtig, Alter. Und dann kass ich wieder so ein... Ey, also was ich jetzt hier für zwei Toro Kassier bitte, Chat. Oh mein Gott, Alter. Junge, was ein Dings, Alter. Was ein Game. So viele Fehlpässe hab ich noch lange nie mehr gesehen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab so keinen Bock mehr. Ich hab einfach keinen Bock mehr. So viele Fehlpässe, Alter. So viele Fehlpässe. Ich mach... Ich hic drei Tore durch Fehlpässe. So viele Fehlpässe. Ich hab einfach keine Lust mehr. Wenn ich das Spiel verliere, ich schwöre, das ist... Einfach so scripted. Finally, Alter. Ich schwöre, ich spiele ihn so aus. Der ist so schlecht. Der ist so schlecht. Der ist so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie es 3-3 stehen kann. Wirklich, der ist nicht gut, Mann. Ich hab dir drei Tore geschenkt. Okay. Ja. Ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum jeder Ball ein Fehlpass ist. Den ich mit irgendjemand spiele, der einfach fucking frei ist. Ich muss weniger empfehlen, Bro. Wir werden dann noch ein Supersub reinbringen. Danke, dass ich da noch nach oben laufe. Ja, jetzt geht es mir wieder schießen. Außer mache ich jetzt noch irgendein Kopfballtor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, der schießt nochmal in der Mitte. Ich glaube, der ist so einer, der nur in der Mitte schießt. Ach, ich wollte links springen. Ich schwöre sogar. Den schießt aber in der Mitte. Let's go, Jungs. Woo. Du kleiner Rattensohn. Fucking yes, Alter. Vier Siege in Folge. Let's go. Was ein Krimi. Was ein Krimi, Mann. Jungs, ich fass es nicht. Let's fucking go, Jungs. Fucking bullshit. Alter. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Von 2, von 2,6. Wir sind 2,6 in die Weekend League gestartet am Samstag. Machen wir noch das Gold 1, Alter. Okay.